Herzlich Willkommen im Hotel-Restaurant Waldcafé. Wir laden Sie ein an den Stadtrand von Bonn, um bei uns erholsame Übernachtungen mit allen Komfortmerkmalen eines klassifizierten Vier-Sterne-Hotels zu verbringen. Sie können aus unterschiedlichen Zimmerkategorien Ihr Lieblingszimmer auswählen. Allen gemeinsam ist die tolle Lage direkt am Naturschutzgebiet. Auch im Restaurant haben wir Ihnen viel zu bieten. Saisonale Gerichte mit Produkten aus der Region, erstklassig zubereitet von Küchenmeister Fritz Böhm, servieren wir Ihnen mitten in der Natur. Damit sind wir eine besonders gute Empfehlung für einen außergewöhnlichen Tag. Ganz gleich, ob zu zweit oder im großen Rahmen mit bis zu 300 Personen. Sauna und Fitnessraum stehen allen Gästen kostenfrei zur Verfügung. Und die herrliche Umgebung bietet Ihnen perfekte Möglichkeiten zum Laufen oder Wandern. Gerne richten wir auch Ihre Tagung aus. Die erforderliche Technik haben wir im Haus. Lassen Sie es sich bei uns im Waldcafé so richtig gut gehen.